Ich erzähle dir heute, was dein Versicherungsberater an dir verdient, wenn du diverse Verträge abschließt, um endlich mal ein Verständnis dafür zu bekommen, wie in der Branche überhaupt Geld verdient wird. Im Großen und Ganzen wird zwischen drei großen Vertragsarten unterschieden. Und zwar haben wir hier in erster Instanz Lebensversicherungen, in zweiter Instanz Krankenversicherungen und in dritter Instanz haben wir Sachversicherungen. Es ist relativ einfach, wenn man sich überlegt, dass es auch diese drei großen Bereiche gibt, einfach, dass diese auch unterschiedlich provisioniert werden. Denn wie bekannt ist, ist das Hauptgeschäft von einem Versicherungsberater das, dass er dir einen Versicherungsvertrag vermittelt. Das heißt also, du bekommst Zugang zu diesem Vertrag und für diese Vermittlung und die dazugehörige Beratung wird eine Provision ausgeschüttet. Und diese Provisionen sind in diesen drei Bereichen auch einfach unterschiedlich. Die verfahren ganz unterschiedliche Berechnungsmethoden und führen auch dazu, dass am Ende unterschiedliche Beträge auf dem Konto des Beraters, wie ich beispielsweise einer bin, ankommen. Wir können uns jetzt mal anschauen, wie das im Bereich der Lebensversicherung funktioniert. Lebensversicherung sind beispielsweise Verträge wie so eine Rentenversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch eine Risikolebensversicherung beispielsweise. Das sind alles Dinge, die unter den Bereich der Lebensversicherung fallen. Wir machen das Ganze jetzt mal hier am Beispiel einer Rentenversicherung, bei der ein Kunde am Ende 100 Euro monatlich in einen Vertrag spart. Das heißt also, wir nehmen jetzt 100 Euro und bauen das in eine vorgebundene Rentenversicherung. Wie kommt jetzt am Ende Geld beim Konto des Versicherungsberaters an? Das ist relativ easy, denn unser Versicherungsunternehmen, bei dem jetzt dieser Vertrag geschlossen wird, kalkuliert, eine Summe, die dieser Vertrag wert ist. Und zwar ist der Wert der Summe alle zukünftigen Zahlungen, die auf dem Konto des Versicherungsunternehmens eingehen. Das heißt, wir haben hier 100 Euro, wir haben 12 Monate im Jahr und wir haben eine gewisse Laufzeit, die dieser Vertrag gehalten wird. Bei einem Rentenversicherungsvertrag, in der Regel roundabout irgendwas um die 40 Jahre, wenn man jetzt gerade 27. bis zum 67. Lebensjahr, so einen Rentenversicherungsvertrag abschließt. Also macht der Versicherer 100 Euro monatlich mal 12 Monate, sind gleich eine Bewertungssumme, das müssten in dem Fall 48.000 Euro sein. Und diese 48.000 Euro sind dann der Wert des Vertrages. Keine Angst, das ist nicht die Provision, die dann direkt beim Versicherungsberater ankommt, sondern von diesem Satz, von dieser sogenannten Bewertungssumme, auch kurz BWS, bekommt man irgendwas in der Regel zwischen 4 und 5 Prozent. Wir rechnen jetzt hier einfach mal mit 45 Promille. Das sind Tausendstel, also 45 Tausendstel. Das heißt also roundabout hier in dem Fall, ich rechne es mal ganz kurz parallel aus, bevor ich jetzt hier grobe Schnitzer in der Kalkulation mache. Da haben wir also hier 48.000 und das mal 0,045. Das heißt, in dem Fall wären jetzt 2.160 Euro Provision, die am Ende von einem Versicherungsunternehmen, das diesen Promillsatz an Provision ausschüttet, bezahlt werden. Relativ einfache Geschichte, wenn man es einmal verstanden hat. Und die Sache ist nur die, dieses Geld, das ist nur so lange beim Versicherungsberater, sofern der Vertrag auch länger als 5 Jahre bezahlt wird. Das ist die sogenannte Stornohaftungszeit. Das heißt also, wenn du den Vertrag abschließt und kündigst den wieder, dann muss auch hier diese Summe anteilig zurückgezahlt werden. Angenommen, du hast den 30 Monate bezahlt, dann wird jetzt hier in dem Fall 30 Monate, das sind von 5 Jahren die Hälfte. Das ist, wie gesagt, 5 Jahre sind diese Stornohaftungszeit. Dann nimmt man jetzt hier diese 2.160 und teilt sie durch 2. Und dann würde halt eben die Hälfte der Provision wieder zurückgeführt werden müssen. So läuft das beim Thema Lebensversicherungen ab, die so kalkuliert werden. Bei deiner privaten Krankenversicherung oder Zusatzversicherung für Kranken, ich mache das hier oben mal ganz kurz weg, damit wir ein bisschen mehr Zeichenraum haben, da läuft das ein bisschen anders. Da rechnet der Versicherer in Monatsbeiträgen. Monatsbeiträge heißt, du hast beispielsweise einen Beitrag in deiner privaten Krankenversicherung von Roundabout, lass es uns mal einfach sein, 350 Euro. Das wäre jetzt der Beitrag, den du bezahlst. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ein gewisser Anteil dieser 350 Euro nicht klassisch der Krankenversicherung zuzuschreiben sind, sondern der Pflegepflichtversicherung, also meistens als PVN bezeichnet. Und das nehmen wir jetzt einfach mal hier 50 Euro an. Diese PVN, diese Pflegepflicht, 50 Euro, die wird meistens sehr, sehr häufig mit einem Monatsbeitrag, also mit 50 Euro in dem Fall, verprovisioniert. Das heißt also, dafür, dass jemand eine Pflegepflichtversicherung vermittelt, kriegt er jetzt an der Stelle auch 50 Euro. Das kann man ein bisschen schöner malen. Eine Sekunde, 50 Euro. Die restlichen 300 Euro von diesem Beitrag, die gehören dann zu dem Krankenversicherungsbereich. Hier, und da ist es dann so, dass diese 300 Euro in der Regel mit einem Satz von irgendwie 8 oder 9 multipliziert werden. Das heißt, am Ende kommt jetzt 300 mal, ich rechne es jetzt mal mit 8,5. Ja, dann sind wir auch hier wieder in der Hälfte. Dann haben wir hier also easy 300 mal 8,5. Zack, 2550 Euro Provision, die ausgeschüttet werden. Das heißt, wir sehen jetzt hier in dem Beispiel, wir müssen dann das und das addieren. Zack, dann kommen wir auf 2,6, die jetzt hier der Berater für die Beratung bekommt. Auch hier haben wir den Bereich Krankenversicherung, Abschlussprovisionen dann geklärt. Das heißt also, für diese beiden Bereiche sind wir relativ abschlussorientiert. Wir müssen also immer wieder versuchen, neue Verträge zu generieren, um Geld zu verdienen. Können aber eine gewisse Bestandspflegeprovision, das heißt die Provision, die ausgezahlt wird, dafür, dass wir uns um den Vertrag kümmern und sowas, in Anspruch nehmen. Und die ist für Krankenversicherung und Lebensversicherung roundabout bei 2%. Das heißt, jetzt nicht 2% auf alles, was wir schon verdient haben, sondern 2% des monatlichen Beitrags. Das heißt, wenn du da jetzt 100 Euro reinsparst in so eine Rentenversicherung, dann sind es circa 2 Euro, die da im Monat ausgeschüttet werden, im Bereich der LV. Und hier bei der Krankenversicherung, da sind es halt irgendwie 2% von uns, sind dann 6 Euro oder sowas, bei der KV. Das heißt, dass sich dein Berater um dich kümmert, verdient er dir irgendwie 8 Euro im Monat an den beiden Verträgen, wenn du auch beides hast. Was jetzt nicht die Welt ist, davon kann man jetzt nicht sonderlich viel bezahlen, das heißt, man kann auch nicht viele Investitionen tätigen, das heißt, man muss schon relativ viele Abschlüsse machen oder man entwickelt eben noch andere Service-Modelle, die ich jetzt aber hier nicht anbringen möchte, weil sie den Rahmen springen würden. Wir erklären jetzt noch ganz kurz, wie das im Sachversicherungsbereich abläuft. Sachversicherung, das sind Rechtsschutzversicherungen beispielsweise, deine Kfz, Wohngebäude, was haben wir da noch? Haftpflicht und im gewerblichen Bereich haben wir dann natürlich auch noch so eine Betriebshaftpflicht und all diese Geschichten, was da so dazugehört. Schöner Schreiben wäre mal angebracht, aber gut. Ich mache jetzt hier mal ein neues Ding auf und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie sich die Sachversicherungen noch berechnen. Da ist es ein kleines bisschen komplizierter, aber kann man auch aufschlüsseln. Beispielsweise, wenn du jetzt, sagen wir, eine Wohngebäudeversicherung hast und die kostet im Jahr 1.000 Euro. Ich mache es einfacher, 1.190 Euro, die von dir bezahlt werden müssen. Das wäre die Prämie, die bezahlt wird. Dann muss uns klar sein, okay, hierauf ist erstmal eine gewisse Versicherungssteuer. Die Versicherungssteuer ist genauso hoch wie die Umsatzsteuer, das heißt 19%. Deswegen hätten wir jetzt hier in dem Fall also 1.000 Euro Prämie, die tatsächlich vom Versicherungsunternehmen eingesackt wird und 19% Versicherungssteuer. Und von diesen 1.000 Euro, die dieser Vertrag dann kostet, bekommt man jetzt beim Thema Wohngebäude, so roundabout 25% dieser Prämie pro Jahr. Das heißt also, jedes Jahr würde man jetzt hier 250 Euro für diesen Vertrag überwiesen bekommen. Das heißt also, das Geld hier ist dann sehr schön und wenn du den Vertrag nicht kündigst und er läuft ein Jahr weiter, bekommt man das Geld wieder, weil es sich hierbei um eine laufende Quotage handelt. Weil immer so gehandelt wird, als würde das Ding immer neu abgeschlossen werden. Die kann man hier auch mal auf drei Jahre abschließen oder sonst was. Und je nach Sparte, wie wir hier jetzt geguckt haben, es sind ja unterschiedliche Sparten hier bei Rechtsschutz, Kfz, Wohngebäude, Haftpflicht, sind diese Prozentsätze, die man dann auf diese Prämie bekommt, unterschiedlich. Bei der Kfz ist es jetzt nicht so viel, da sind es irgendwie 7% bei den meisten. Wohngebäude können es schon mal 25% sein, Haftpflicht sind es auch eher so 15% und so weiter und so weiter. Nur, dass ihr mal ein Gefühl dafür habt, okay, wie verdient man überhaupt mit diesen kleinen Beträgen dann am Ende des Tages Geld. Hier ist es tatsächlich über die Laufzeit. Also Abschlussprovisionen verdient man in Kranken- und Lebensversicherungen und über die Laufzeit verdient man dann an den Sachversicherungen hieran das Geld. Und wenn euch das noch nie jemand so transparent gezeigt hat, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass die meisten Versicherungsberater und Makler irgendwie ein Geldproblem haben, weil es ist absolut okay, dass wenn ich das Marketing betreibe für den Abschluss einer solchen Vertrag, dass ich ein Team habe, das ihr perfekten Service leistet, am Ende meine Zeit noch zur Verfügung stelle, dir das Ganze zu erklären und bei Rückfragen jederzeit erreichbar bin, dann finde ich den 2.000 Euro für eine Krankenversicherung eigentlich absolut human und annehmbar. Das heißt also, im Zuge dessen relativ entspannte Geschichte. So, jetzt habt ihr mal gesehen, welche Gelder da im Hintergrund fließen. Ihr könnt den Business Case Versicherungsvermittlung vielleicht mal ein bisschen besser verstehen und habt auch mal ein geiles Gefühl dafür, okay, und wisst, hey, da springt jetzt diese Kohle am Ende bei rum und ihr könnt nachvollziehen, wie, wo, was man an der Beratung von euch Geld verdienen kann. Und wenn ihr in eurer Situation, in eurem Coaching-Business, in eurem Consulting-Business oder in eurer Online-Marketing-Agentur Unterstützung bei den Fragen zu Versicherungsverträgen, wie die ihn eben genannten braucht, dann sind wir der richtige Ansprechpartner für euch. Wir sind die Vetter Consulting GmbH, mein Name ist Tobias Vetter und wir helfen Coaches, Beratern, Trainern und Dienstleistern dabei, sich selbst in dem Business perfekt abzusichern. und wir freuen uns drauf, wenn du dich einträgst unter www.vetter-consulting.de für ein kostenloses Erstgespräch, um am Ende all diese Fragen, die sich zu diesen Themen von Versicherungen stellen, zu beantworten und dir den bestmöglichen Schutz zu ermöglichen. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg mit deinem Business, gute Umsätze und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.